Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute das erste Tutorial-Video. Ihr habt uns eine Menge Fragen gestellt in letzter Zeit und viele Fragen häufen sich, also wiederholen sich. Und da habe ich mir gedacht, für solche Fälle mache ich am besten mal ganz schnelle kurze Videos, um sie euch quasi als Antwort zu schicken und ihr könnt eventuell, bevor ihr die Fragen stellen müsst, gleich mal auf der Webseite schauen, gibt es denn da schon ein Video zu. Und zwar werden wir oft gefragt, wie funktioniert das eigentlich mit Payback-Punkten zu Miles & More umzuwandeln. Auflösung gleich nach dem Intro. Ich habe mir hier schon mal meinen Laptop parat gestellt. Ich werde eine Bildschirmaufnahme machen. Das heißt, ihr könnt dann quasi dabei sein, wie ich meine Punkte von Payback zu Miles & More umwandle oder transferiere, kann man ja beides nennen. Ich habe nicht so viele Punkte aktuell auf dem Payback-Konto, weil ich erst kürzlich nämlich dieses Meilen-Abo verwendet habe. Das solltet ihr vielleicht auch überlegen. Dann bekommt man durch eine Aktion von Miles & More und Payback nochmal extra Punkte. In diesem Fall waren es 10% extra. Ansonsten kann man natürlich umwandeln, wann man will, aber dann bekommt man auch nur 1 zu 1. Also für diejenigen, die dann entsprechend spontan ihre Punkte oder Meilen benötigen. Ja, eigentlich ist es gar nicht so schwer. Ihr geht auf die Webseite von Payback, meldet euch natürlich an und könnt ihr oben ja schon sehen, wie viele Punkte ihr habt. Ich gehe meistens dann in die Suchleiste rein und gebe dann dort Miles & More ein und dann komme ich ja schon zur Auswahl. Dann habe ich dann hier die Partner, Miles & More, gehe da drauf und dann sehe ich schon in der Übersicht, dass ich entweder hier Punkte umwandeln, wann ich möchte oder zum Meilen-Abo anmelden sage. Wie gesagt, wenn ihr nicht darauf angemessen seid, jetzt spontan die Punkte haben zu müssen, dann würde ich euch dieses Meilen-Abo empfehlen. Immer Anfang des Jahres, so im März. Also ihr seht ja da Anfang März und Anfang September werden die Punkte also automatisch umgewandelt. Anfang März wäre dann diese Aktion jedes Jahr mit entweder 10%, vorletztes Jahr waren es nur 20%, also vielleicht nächstes Jahr ja wieder 20%. Könnt ihr darauf hinarbeiten und könnt dann nochmal extra Punkte abgreifen. In diesem Fall geht es aber jetzt erstmal um die spontane Umwandlung. Dann melde ich mich an und habe dann hier die Möglichkeit umzuwandeln. Ihr könnt sehen, maximal Punktestand ist 518, das ist nicht wirklich viel. Die sind auch alle sofort einlösbar. Manchmal gibt es nämlich gesperrt Punkte, wenn ihr zum Beispiel gerade ein Zeitungsabo abgeschlossen habt. Dann bekommt ihr diese 10.000 Payback-Punkte als Prämie. Aber die sind für drei Monate leider gesperrt oder sind gesperrt. Erst danach werden sie freigegeben. Ihr könnt ja natürlich auch kündigen und dann werden die Punkte wieder abgezogen. Und nach dieser Wartezeit, diese drei Monate, habt ihr dann entsprechend diese 10.000 und könnt sie dann entsprechend umwandeln. Gut, ich habe sie jetzt sofort verfügbar. Gebe dann auch ein hier, ich möchte 519 umgewandelt haben. Meine Nummer ist schon hinterlegt. Kann man entsprechend halt auch schon eingeben. Und die bleibt dann auch dann da drin und dann drücke ich einfach auf Weiter und bestätige nochmal. Schon sind sie dann auf dem Weg zum Malz & Moor. Das dauert maximal, da steht drei Tage. Aber bei mir sind sie meistens nach einem Werktag schon dann auf dem Meilenkonto bei Malz & Moor. Ja, so einfach geht das. Wie gesagt, bevor ihr das macht, überlegt euch, ob es wirklich benötigt. Denn es gibt ja die Möglichkeit des Meilenabos. Und im März mit der Aktion macht eine Menge Ausweis. Also wenn ihr beispielsweise 100.000 Punkte gesammelt habt, dann kriegt ihr nochmal bei einer guten Aktion, also bei 20 Prozent, nochmal 20.000 Punkte obendrauf. Das macht dann gleich 120.000 Punkte. Oder in diesem Fall, wie diesem Jahr, waren es nur 10 Prozent, aber es sind trotzdem 10.000 extra Punkte, die ihr dann gemacht habt. Wäre halt eine Idee für euch. Ja, hat es euch gefallen, hat es euch weitergebracht, dann drückt den Daumen hoch. Abonniert nicht vergessen, ihr könnt auf unserer Webseite mal vorbeischauen. Ich werde jetzt in Zukunft öfter solche Videos bringen, die werden wir dann auflisten. Vielleicht auch chronologisch, das war jetzt mitten aus dem Konsens gerissen, weil ich sollte vielleicht anfangen, wie suchen wir unsere Flüge, wo buchen wir unsere Flüge. Aber das kommt definitiv demnächst dann hier auf unserem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.